Es gab ja diverse Diskussionen über die Bundesliga, ob die jetzt heute wieder starten sollte und Geisterspiele und so weiter. Und die eine Seite ist sicherlich mit den Sportlern und sowas. Und da kann man relativ wenig zu sagen. Also ich weiß nicht, wie das und warum und ob man nicht tatsächlich so wie Sky das bisher gemacht hat, einfach die alten Spiele wiederholen kann. Die haben jetzt die letzten Monate einfach alte Spiele wiederholt. Ja, ja, gut. Ich habe es heute nicht gesehen, aber ich habe nur negative Stimmen gehört, dass das ja alles Quatsch war, was da heute stattfand mit den Geisterspielen. Naja, auf jeden Fall, die andere Sache ist mit den Mitarbeitern von den Fernsehproduktionen, die halt im Stadion dieses Bild produzieren müssen von diesen Geisterspielen. Artikel in der Süddeutschen steht so ungefähr drin, das ist alles nicht für Abstand gemacht in so einem Ü-Wagen. Ja, weil da sitzt du halt wie die Hühner auf der Stange, halbe Händel, ganze Händel in der Stange, im Hinterhof, auf dem Teller, in dem Ü-Wagen drin. Und die Mitarbeiter, die sind halt oft nur Freelancer und halt nicht festangestellt. Und die haben halt die Wahl, jetzt stellst du dich da das Wochenende in den Ü-Wagen rein, wo du keinen Abstand halten kannst oder hast du halt keinen Job. Und die haben halt die Wahl nicht. Und die haben halt jetzt da, sind quasi gezwungen, diese Arbeit da zu machen, die nicht auf Abstand geht. Es gibt durchaus solche Geschichten, wo jetzt dann die Fernsehsender, die dann dieses Signal verarbeiten, zum Beispiel BBC, die haben ihre Fußballsendung auf Homeoffice verteilt. Das heißt, die Mitarbeiter sitzen zu Hause, haben ihre Control Surfaces zu Hause im Homeoffice und spielen damit auf dem Server im BBC Rechenzentrum die Bilder raus. Das geht schon. Aber trotzdem, die Kameras im Stadion und der Ton im Stadion und die Ü-Technik im Wagen im Stadion, die bedient sich nicht von alleine und nicht aus der Ferne. Und das ist halt auch ein Problem, was nicht sein müsste, weil die alten Spiele sind genauso gut. 22 Typen laufen, schießen, spucken. Ja, genau das gleiche Zeug. Ja. Jetzt auch auf den Türen ein. Ich halte das ja alles für Unsinn. Nee, auch ansonsten die anderen. Ich habe gesehen, zum Beispiel, Wer wird Millionär? Läuft. Neue Folgen produziert. Läuft immer noch. Immer noch Günther Jauch. Gleiche Sendung wie immer. Aber jetzt. Gibt es Günther Jauch noch? Ja. Ich hätte nicht gedacht. Aber hey. Gibt es Tommy noch? Klar. Tommy macht so eine Skype-Show. Was? Mit Jauch auf RTL. Nein. Doch. Okay. Raus. Wer ist Tommy? Gottschalk, Mann. So. Ja, okay. Auf jeden Fall. Worauf wollte ich? Wer wird Millionär? Genau. Was sie da jetzt gemacht haben, ist das ohne Publikum. Also zum einen ohne Publikum in dem Raum. Aber du brauchst ja ein paar Joker für irgendwie Nachfragen und Dings. Also sitzen da halt so drei Typen als Publikums-Joker drin und die Begleitperson von dem Kandidaten und der Kandidat selber, der kriegt nicht mal das Mikro angesteckt, sondern kriegt so ein Brustbeutelchen mit einem Sender drin. Und aber auch da, die Regie von Wer wird Millionär, da sitzen sie trotzdem dicht aufeinander, würde ich mal von ausgehen. Ja, also das, das, und man kann auch sehr gut alte Wer wird Millionär-Folgen senden. Es ist wirklich wurscht. Es ist wirklich wurscht, ja. Ja. Und auch ansonsten, also ich glaube, bei diesen ganzen Produktionen, die jetzt trotzdem irgendwie laufen und Talkshows und Quatsch, also ich habe schon jetzt auch gesehen, dass da vieles weiterhin im Studio produziert wird. Ich weiß nicht, ob das alles wirklich unbedingt nötig wäre und die Bundesliga als allerwenigstes. Ja, ja, Bundesliga ist schwierig. Ich, ich, weißt du, wenn, wenn das natürlich was ist, was einem völlig an einem vorbeigeht, dann ist es schwierig, darüber zu überteilen. Es ist ja nicht nur die Bundesliga. Also ich meine, jede Form von, wie sagt man, Breitensport, der in irgendeiner Form übertragen wird und klassisch Fans und irgendein Drumherum hat, was halt ja eine Massenveranstaltung ist. Radsport ist ja zum Beispiel auch, da sind ja auch riesige Diskussionen im Moment, wie kriegst du da irgendwie noch einen sinnvollen Kalender aus Veranstaltungen hin und wo packst du die zusammen und wie soll das alles überhaupt funktionieren und wer soll sich den ganzen Krempel dann noch anschauen, wenn dann irgendwie vier Sachen an einem Wochenende stattfinden und sowas. Also ganz andere, ganz anders natürlich als bei Fußball, aber es sind halt natürlich ähnliches, also überhaupt nicht ähnlich vom Geldmaßstab her zu vergleichen, aber es ist halt immerhin auch eine eigene Geldmaschine, die am Laufen gehalten werden will und in der halt unglaubliche Masse an Menschen involviert sind, entweder als Fans oder als Fahrer oder Spieler oder halt, ja, oder halt als jemand, der damit Geld verdient. Das darf man ja auch nicht vergessen und das ist ja beim Fußball auch nicht anders. Also ich weiß nicht, was der Fußball in Deutschland im Jahr umsetzt, so alles in allem, alles zusammen. Das würde ein ganz solides Kiste sein, unterm Strich. Mit oder ohne Bier? Mit so allem, ja, mit Bier, ja, wichtig. Brauereien waren doch auch schon sehr traurig und dann erst hat irgendwie keiner mehr Bier gekauft, dann haben Leute Bier angefangen zu hamstern, dann du hast irgendwie zu viel Bier gekauft, dann war es wieder zu wenig. Sehr schwierig, also die Pandemie. Die Pfandflaschen? Ja, dann hat keiner mehr Pfandflaschen zurückgebracht, bis dann du Klopapierrollen dazubekommen hast, wenn du dein Pfand zurückgekommen hast. Pandemie hat sehr seltsame Auswirkungen. Was? Ja, natürlich. Ja, ja, das war's. Das ist kein Scherz. Nein, kein Scherz. Das ging völlig irgendwie vorbei. Ja, ich weiß nicht, was hat sich irgendein Getränkhändler als Scherz ausgedacht und natürlich gut gezogen. Zumal, das war noch irgendwann im März oder so, vor vielen Jahren ist das passiert. Ja. Zum Beispiel der GetNow, der wollte auch eine Weile keinen Pfand zurücknehmen. Ja, der wollte das Zeug nicht haben und dann hat er die Kästen, normalerweise nehmen die ja drei Kästen mit zurück. Ja. Und da habe ich auch so ein bisschen so Cola und Zeug gebunkert hier. Mhm. Und jetzt nehmen, jetzt haben die das so Stück für Stück wieder mitgenommen. Jetzt haben sie aufgehört, das mitzunehmen. Ja, aber wenn sie einfach aufgehört haben, zu dir zu kommen. Ja, genau. Ja. Das ist wirklich sehr traurig. Ja. Nee, aber jetzt Fernsehproduktion, Sport und sowas. Ich hatte gelesen, dass in den USA ist es ja ein bisschen anders aufgebaut, wie der Kabelanschlusspreis funktioniert und da ist wohl ein relativ hoher, also Kabelrechnungen in den USA sind so 100 Dollar plus minus und da ist ein ordentlicher Batzen von dem Geld, geht halt direkt durch zu den Profi-Basketball- und Football-Ligen. Mhm. Und jetzt fließt dieses Geld weiterhin von den Kunden zum Kabelanbieter und das fließt weiter bis zur Liga und die liefert nicht. Was steht jetzt im Vertrag drin, ob die Liga irgendwann wieder Spiel zurückliefern muss für diesen Preis, den die Kabelkunden zahlen? Und die Antwort war da noch nicht so recht klar, ob das jetzt irgendwie höhere Gewalt oder wie viel oder wann musst du nachliefern oder musst du im nächsten Jahr doppelt so viele Spiele machen oder was weiß ich. Ja, ja, das ist ja auch das Problem, dass du halt das einfach nicht auf Teufel komm raus dann halt zusammenquetschen kannst. So, das ist jetzt beim Rennrad-Zirkus ist das halt das Problem, dass die halt versuchen alles praktisch mehr oder weniger alle Events, die sich so übers ganze Jahr verteilt hätten, einfach ins zweite Halbjahr zu schieben. Und ich meine, das kannst du ja nicht machen. Das kannst du bei Fußball genauso wenig wahrscheinlich machen. Obwohl, was machen die denn ein halbes Jahr im Fußball? Ich habe noch nie so ganz verstanden, wann irgendwie Bundesliga ist, wann nicht. Aber da ist doch irgendwie ein halbes Jahr. Es gibt eine Winterpause. Da ist doch irgendwie nichts, oder? Ja, genau. Und im Sommer sind ab und zu solche Europa- und Weltmeisterschaften, habe ich gehört. Ja. Aber auch nur ab und an, oder? Jedes zweite Jahr ist entweder Europa oder, oder es gibt sicherlich noch in anderen Amerika-Cup gibt es, glaube ich, oder ist das zum Segeln? Ach so, ja, ja, nein, nein, nein. Auch, ja, das ist ein Cup im Zweifelsfall zum Segeln, ja. Und solche Geschichten. Ja, also keine Ahnung, das wird sicherlich noch spannend. Aber wie ist es denn zum Beispiel sowas wie Tour de France oder so ein Ding? Basti, wie heißt dein Rad da hinten? Dein Fahrrad? Ständer mit dem? Der Elite-Cupo Digital Smart Plus. Und du fährst wo rein? In welche App? Zwift. Zwift. Tour de France auf Zwift. Jeder zu Hause. Ja, die haben da, bei Zwift wird natürlich auch schon gerudert und überlegt. Was gerudert? Ich dachte, Fahrrad fahren und laufen. Kannst aber irgendwie rudern in Zwift, du wirst schon irgendwie auch noch hinbekommen. Über die Straße. Gibt sich ja irgendeinen Hack. Und das ist natürlich, also das ist natürlich auch, da sind ja jetzt sowieso auch schon die irsten Sachen passiert und Leute sind super traurig, weil jetzt die ganzen Profis die ganzen digitalen Dinge so stürmen, wenn die auf einmal, weißt du, du bist da in deinen Routen und Peloton auch irgendwie, kommen dann irgendwie plötzlich schon Profis mit 5000 Watt auf die Pedale bringen und alle sitzen so da so, okay. Also das hat auch sehr lustige Auswirkungen offensichtlich, wenn du einfach einen Berg an professionellen Leistungssportlern hast, die halt ihren Beruf nicht mehr ausüben können in richtiger Form. Und die natürlich jetzt auch einfach irgendwelche anderen Sachen machen oder sich eben auch dann halt auf diesen Plattformen tummeln, die davor in erster Linie halt irgendwo, ja eigentlich im Amateurbereich oder zumindest sagen wir mal bei Leuten, die halt natürlich extrem, vielleicht da sind das sicher auch welche, die schon nah am Profilager dran stehen. Aber ja, also das verschiebt, da verschiebt sich natürlich auch alles. Wo waren, wo, es gab noch irgendwie so ein paar Basketballer, die irgendwo auch irgendwas gezockt haben zusammen, ich weiß nicht mehr. Also da gab es. Ja, ja, wie die Formel 1, oder? Fanden die nicht irgendwie Videospiele gegeneinander? Ja, das gab, es gab sehr komische Auswüchse dieser ganzen Geschichte. Spielen die dann Formel 1 Videospiele oder so Mario Kart? Mach auf jeden Fall Mario Kart. Ja, das, ja, ich habe es mir auch nicht angeschaut. Ja, ja, aber bei Swift ist es halt auf jeden Fall, also Tour de France natürlich nicht und Tour de France soll ja dann irgendwie auch verspätet dann noch über die Bühne gehen, wie auch immer das dann tatsächlich unterm Strich passiert und funktioniert. Aber Tour de France ist natürlich auch so ein Event, das kannst du halt nicht einfach mal kurz absagen. Also dann, oder das kannst du natürlich schon absagen, aber dann, das hat halt auch wirklich massive Konsequenzen. Weil, also für den kompletten Profiradsport, da ist dann halt, bleibt dann halt auch irgendwann nicht mehr viel übrig, weil diese Tour viel zu entscheidend ist, um halt Kohle reinzubringen. Ja, ist halt einfach anders, ist anders strukturiert, diese ganzen, die ganzen Sportdinger, wie die halt jeweils sich finanzieren und wo das riesige Geld gemacht wird, ist halt so unterschiedlich, dass das natürlich auch entsprechend unterschiedliche Auswirkungen hat. Und deshalb, also Geisterspiele in der Bundesliga, ich meine, Tour de France ohne Zuschauer, das wurde, glaube ich, auch diskutiert zum Beispiel, ist das natürlich auch schwierig, kannst du vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad machen. Ich meine, Leute, wenn dich da auf dem Fahrrad, weiß nicht, wie hoch da die Ansteckungsgefahr unter dem Strich ist, das Problematischere ist ja das Drumherum, dass du halt Leute hast, die halt überall hinterher reisen. Und dass du natürlich einen ganzen Pulk an Leuten hast, die durch die Gegend reisen und Fans und einen ganzen Kessel an, ja, dicht gedrängt, viele Menschen auf einem Haufen. Schwierig. Hm, ja. Aber es lebt, es lebt halt alles davon. Fußball ja auch offensichtlich, scheinbar, ich, ich, ja, also auch wenn es einem sich nicht erschließt, dann. Wahrscheinlich genau das Gleiche wie mit den Retail-Mitarbeitern, die jeden Spruch von Tim Cook mit Applaus ausstatten, eben ähnlich im Fußballstadion. Wenn einer irgendwie besonders schön auf die Nase fällt, dann freuen sich die anderen. Ja. Glaube ich. Also aus meiner Zeit als Fußballfan ist es ungefähr so, ja. Okay, gut. Nee, keine Ahnung. Es ist halt Ausnahmesituation.